Und herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Elden Ring. In der letzten Folge haben wir uns die Hainhöhle angeschaut. Ja, wir haben die Wölfe bekommen, ein bisschen den Wald geräumt, eine Statue gefunden auf einem Berg, und wohin wir jetzt gehen werden, in Richtung dahin, wo die Statue zeigt, und wir haben den Wald gesäubert. Das war nicht so schlau. Ich weiß nicht, warum ich Kuh gedrückt habe. Oder angriffen. So. Deals. Nice. Oh, Schildkröte, oh, wie süß. Putsi, 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 Putsi. Goldschirmandakos. Ah ja, das kommt wahrscheinlich von der Schildkröte. So. Was ist das? Irgendwas, was irgendjemand ausgewirkt hat, glaube ich. Ja, äh. Dahin zeigst du, genau. Und dann würde ich sagen, geht es als nächstes zum Strand runter, wenn ich mir das da angeschaut habe. Äh, wohin? Warte mal. Ah, da ist. Dahin. Okay. Oh. So. Das sind normale Blümchen. Nicht vergessen, äh. Radar einzuschalten. Mit bling, bling, bling. Ah, so ungefähr. Äh. Ja. Huch, lecky, lecky, leck. Oh. Boing. Daneben. Boing. Yes. Treffer. Er denkt. Over, bling, bling, bling. Ah. Die Maschema, bling, bling. Läuftet da was? Nein, das ist nur ein Sonnental. Was ist das ja eigentlich? Ist das die Gräber oder was? Sind die böse oder sind die nicht böse? Ich weiß nicht, ist ja auch alles böse wie in Dark Souls 3 oder... Oder nicht. Da kommt auf mich zu. Na gut. Dann bist du scheinbar böse. Ach, Mann. Ich will zu dem Schädel hier. Mann. Na. Dankeschön. Und ihr? Wärt ihr böse? Hä? Wollt ihr Stress? Wollt ihr Stress? Wollt ihr Stress, Digga? Nein? Okay. Wollt ihr Stress? Nein, okay. Okay, okay. Ich tue euch nicht. Ist hier irgendwas? Tarn Cup Technologie. Jetzt weiß ich, was die haben. Ich sehe da irgendwas in der Wand. Na, danke schön. So, ist hier noch irgendwas? Interesse? Hier oder so? Nein? Okay. Hier ist scheinbar so eine Landssackkasse. Da geht es nicht weiter. Da hinten ist die Tür. Aha. Noch ein Bild. Yeah. Meine Nase wirkt. Hilfe. Ah. So. Wee. Okay. Reifst du mich an oder was? Nein. So, was haben wir hier? Die Tür. Wohin diese Statue? Zeit. Oh. Ja. Was ist das? Noch ein Geist auf einem Stuhl. Okay. Sturmfußkatakomben. Noch ein Ganschen. Einmal härter mit. Ja. Was hat der Geist zu sagen? Ein wahrer Tod bedeutet die Rückkehr zum Erdenbaum. Aha. Habt Geduld, bis die Zeit kommt und die Wurzeln unschrufen. Aha. Das war's. Das war's scheinbar. Okay. Was ist das? Ach du, kleiner Pisser. Bist ja nervig. Was bist du nervig? Der macht genau das gleiche wie ich. Okay. Ich merke schon, viele werden ein Problem sein. Und was war das überhaupt? Sind das Gargolts? Toll. Das hat mir noch gefehlt. Ist das nur einer? Das war's. Wow. Nein, die Nase. Hilfe. Äh, äh, äh. Kann ich pausieren? Du, kleiner Pisser. Weh, äh. Mann. So, was hast du hier? Wurzelharz. Dankeschön. Da ist irgendwo so eine Blume. Wo ist das? Gräber-Tal-Li... 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 Ja, okay. Hä? Wo ist die? Da bist du. Da steckt Asch auf. Plus eins. Oh. Okay, was ist hier? In einem Gerät versperrt. Alles klar. Da ist noch so ein Würstchen. Da ist noch so eine Lidia. Ich brauche Wurfdeutsche. Kann ich eigentlich... Nein, kann ich nicht. Es leckt gerade. Hilfe. Keine Ahnung. Hilfe. Die habe ich daneben. Die habe ich den gerade nicht da. Mit dieser super coolen Rolle. Gut. Ach. Da bist du. Na komm. Komm doch her. Komm doch her. Hä? Jawoll. Ich weiß, du willst mich da hinlocken. Da sind bestimmt noch 1000 weitere. Komm. Komm her. Ne, du kleine... Komm her, du. Es leckt immer. Mann. Lecky, leck, leck. Hilfe. Ich habe gerade nicht zugeschlagen. Ich habe doch zugeschlagen, Mann. Also, wie zu leckt es so. Hilfe. Es leckt. Mann, kommt da nicht noch jemand oder so? Aber nein. Scheib蹤. Hör. Nein. Radar, 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 radar. Radar, 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 radar. Nix. 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 Oh, bist du? Du, Grabpfeilchen. Okay, was gibst du mir? Blüht auf Friedhöfen. Eine violette Blume, die auf Friedhöfen blüht, mit der Welt zur Herstellung von Objekten. Ihre Farbe entspricht einer Geisterflamme und eingeblich hilft die Blume, wenn ihr Geister herbeiruft wollt. Okay, ach, da ist noch so ein Ding. Cool. Das lasse, das lasse. Okay. Last son of a Feather. Da sitzt er, ich seh's doch. Wo kommst du? Ich seh, ich würd gerne was auf ihn schmeißen. So, äh, was ist das dort? Das ist doch nicht ein Flamm, Alter. Kann ich da nach rechts? Ich hoffe mal. Okay. Na, wie viele Sekunden habe ich das Zeit? 1, 2, 3, 4, 4. Was macht das Ding aus? Ah. Redenkopf, hallo. Okay. Okay. Tonskript. Tonskript. Ich wage eine menschenkopfähnest. Sagt mit menschlicher Stimme Hallo. Amkript. Okay. Tonskript. Tonskript. Die Waage eine menschenkopfähnest. Sagt mit menschlicher Stimme Hallo. Okay. 1, 2, aha. Amanita. 1 Oha Alter, die Flamme 1, 2, 3 Okay Gut, das wäre erledigt Wie viele? 2 2 oder 3 vielleicht noch Irgendwo hinter der Ecke Nur die 2 Oh Oh Ich hätte so gerne jetzt ein Morphmesser Ha, cool Es sind 4 Es sind 5 Oh Gott Ähm Habe ich wirklich nichts zum Schmeißen Ich habe 4 Kuh kriegen Oh Wart Ich habe 4 Kuh kriegen Ähm Nice Es leckt Es leckt Es leckt Es leckt Es ist eingebunden Oh Okay Instacul Da sollte ich vorsichtig sein Es leckt Was ist das? Es leckt Es leckt was ist das ist das blutungsschaden das ist blutung schade sieht man da wunde alter schwede 1400 ich sollte wurfwaffen kaufen gehen beim händler warte mal ich heile mich mal dankeschön die ecke ist ganz gut ich mag die ecke schön dass du ok schwelender schmetterling ok geisterteile ach ja das ding schwelender schmetterling drei stück oh gleich drei findet man bei laubfeuern und anderswo wofür für objekten als zunder ein ewig brennender schmetterling den man in der nähe von lauffeuern und anderswo findet ok ja kuckriegs wurfwaffen was auch immer ohne die gehe ich nicht tiefer rein ich bin doch nicht blöd ich hoffe die fallen bleiben deaktiviert ja kuckriegs wurfwaffen was auch immer ohne die geisterstuhl es leckt wieder hilfe wo war der erde kuckriegs wurfwaffen was auch immer ohne die geisterstuhl so so mach ich einen stufenaufstieg nein mach ich nicht ich reise erst mal ich reise erst mal nicht jetzt reise ich erst mal zurück zur Kirche, jawohl oh, die Statut übrigens sitzt weg die dahin gezeigt hat zum Tor ok Status Frost es gibt wieder Frost ja, geil Frostschwert, Frostachst Frostpeitsche, mal gucken was es diesmal geben wird Kirche von Illy, hallo Händler Tschüss Händler, Händler ist noch nicht da aha ich kann mich auch nicht hinsetzen dann warten wir mal Händler, sind wir noch nicht da aber Pferd, Händler, jetzt da jawohl ich bin's wieder kaufen ein Wurf Wurfdeutsch für 40 Dings oder was das Handbuch des Missionars erweitert das Handwerksrepertoire ach da war das ach ne, das erweitert die Handwerkslinger das sind irgendwelche Notizen ok alles klar brauche ich das eigentlich ne Wurfdeutsch yes please äh 600 ich nehm erstmal 600 dankeschön und ich mach ein Level Up yes 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 so äh dankeschön stufenaufstieg äh genau 8038 ich geh erstmal vielleicht auf Kraft jawohl mach ich da Reihe nach auf 15 ich glaub das klingt gut lieber ich glaub das klingt gut so äh wie viel Geschick brauchte ich für den für den Morgenstern äh äh 18 ok dazu kommen wir dann noch erstmal die Ausrüstung statt dem letzten Kugel nehme ich zum Wurfdeutsch genau 15 Stück oh ne ich kaufe ach ne 40 ne ich hab 31 ok egal ich reise erstmal zurück dahin genau Sturmfußkatakomben dankeschön Schöneburg eigentlich so wenn man es sich genau betrachtet wäre schon verziert leicht angeberig aber hey was soll's ähm sagt du es diesen Tod gibt nein sind die nicht ok gehen wir halt da hin hm 2 oder leck so solange die nix hinterm also solange die was hinterm Rücken haben was denen äh ausreichend erschwert ist das ja ganz gut dass also nie ganz einfach hier waren nur 2 oder na kommst du da bleibst du da bleibst du da oder ah ah okay ich muss sagen war unerwartet kein rück rückzugsweg oder wie das heißt verladen dann war hier noch einer ne genau komm her oh das geht auch oh gut zu wissen wo habe ich schaden genommen gerade ich habe einen lechten kratzer egal dahin muss ich jetzt nicht nochmal oder mir da habe ich ja so was haben wir ja ein zwei drei 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 Dankeschön. Oh, ich spügel die Blüte und der Rest bleibt stehen. Oh, okay. Wie viele Löcherblumen stehen denn noch? Oh, okay. Oh, okay. Ah. Aha! okay na komm ich noch durch alter wie viele womit schmeißen die überhaupt ich bekenne ich lasse euch zu meinem glauben bekennen war es das schon dankeschön wasche daran da adligen dankeschön okay 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 ja 28 und fünf wunderartigen geister herbei da bleibe ich bei den wölfen hat halt jetzt habe ich jawohl links und unten und das ok 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 wo geht es hier weiter das ist hier eine Sackkasse hier ok sind wir hier ok Okay. Ah. Hehehe. Okay schon. Irgendwas für eine schwere Tür. Tür geöffnet. Ah. Ah. Nice. Einfach hier runter? Okay. Ah. Leck, 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 leck. Iiiiihiiiih. Frameraden ein. Uh. Ah. Finaler Boss. Okay. Okay. Äh. Bevor ich dahin gehe, zurück an den Forz. Zurück zum Forz. Wie viele Seelen? Ah, 500 reicht nicht. Okay. Seelen sage ich schon. Wohnen. So. Hier gibt es nichts Neues. Alles klar. Dann. Ja. Mal gucken, wie sich die... Oder lieber doch nicht. Dann nehme ich doch wieder die Wölfe. Weil wenn das ein Boss ist, bleibe ich lieber bei den Wölfen. Die waren ja so flink. Okay, ich bleibe bei den Wölfen. Ich schaue mir die Dinger dann an. Den Pöpel. Äh, das war... Äh, das war das, das war das. Okay. Wachbundes Erdenbombegräben. Die Katze? Nein, ich hätte zaubern sollen. Was? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Was? Wie kann Feierspein? Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ich wollte springen. Warum bin ich nicht gesprungen? Äh, Wolf. Hilfe. 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 Oh Gott. Das war so plötzlich. Wolf. Hau ab. Kann ich noch mal? Nein, bin ich nicht. Okay. Die Junge ist die sehr streng mit dem Angriff. Wolf. Hau ab. Das ist meine Chance. Okay. Hau ab, hau ab, hau ab. Hau ab. Meine Güte, hau ab, Junge. Was ist Gott? Das ist eine Katze, das ist ein Gargoyle. Nee, das ist ein schlecht. Ach du Scheiben, ich kann den Schild durchbrechen. Oh-oh. Nein, ich bin tot. Ach man. Ja, das sieht irgendwie nicht so gut. Vielleicht ist der Prübel doch ganz gut. Ach man. Tja, das war's mit dem No-Death-Play-One. Äh... Egal. Oh, tot. Ja, toll. Wenn ihr sterbt, werdet ihr am letzten Ort der Gnade wiederbelebt, den ihr aufgesucht habt. Alle Runen in eurem Besitz lasst ihr am Ort des Todes fallen. Falls ihr erneut sterbt, bevor ihr sie einsammeln könnt, sind sie für immer verloren. Der Kompass am oberen Bildschirmrand weist euch die Richtung zu den verlorenen Runen. Autsch. Wo bin ich da hin? Äh, ja. Ich packe raus, die brauche ich ja jetzt nicht. So. So. Äh, dann nach unten. So. Jawoll. Es sind fünf, ich zieh nur zwei. Wo ist die Katze? Wo ist die Katze? Wo ist die Katze? Oh. 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 Ok, die Wölfe waren doch effektiver. Ich nehme... Ich nehme lieber was. Wow, ey, das war ja einfach wow. Mann. Out, ich dachte ich kann rüberspringen, scheinbar kann ich das doch nicht. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mann. Okay, Wölfe waren besser, viel besser. Ich habe ganz kurz vergessen, welche Taste das war. Das war ich. Das ist die Wirklichkeit, mein Gott. Dann wieder. Was? Der Kopf, der nicht der Kopf, der so umgedreht hat. Ah, ich kann einfach wegrennen. Cool. Er hat mich erwischt, Mann. Das war ein Hail? Das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Mann, Mann. Das war nicht so gut. So, jetzt aber. Ich habe vergessen, was zu trinken. Hallo, wie ist die Katze? Ich habe die Katze überraschend, da weißt du, dass sie so weit. Ich habe die Katze überraschend, da weißt du, dass sie so weit. Ich habe die Katze überraschend, da weißt du, dass sie so weit. Yes, 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 yes. Yes. ja 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 Geiste, Wölbe sind das Beste. Das war's. Ich habe Adligenasche. Okay, immerhin. Noch mehr Geiste in meiner Kollektion. Für meine Kollektion. Ich fühle mich wie General Grievous. Nur halt statt Sichtschwörter Geisteasche oder keine Ahnung. Asche des Zauberadligen. Ruf einen Zauberadligengeist vorbei. 11. 11, 28, 55. Okay, ich schätze mal, je mehr FP kosten die Beschwörung braucht, desto besser ist, glaube ich, die Asche, oder? Asche der Wanderadligen, also Wütender Mob. Asche des Zauberadligen. Zaubereradligen. Das ist vermutlich ein Zauberer, ein Geist, der zaubern kann. Oh. Und Asche der einsamen Wölfe. Oh, Wolf wuselt, yeah. So. Gibt es noch was, oder war es nur das? Das war nur das, glaube ich. Okay. Voll cool. Ja, bitte. Dann schaue ich mal, wie lange ich schon aufnehme, und ob es dann mit der nächsten Folge weitergeht. Ja, jippie, 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 jippie. Oh, oh, oh. Und wie schon gesagt, sollte es Lecks geben, dafür kann ich leider nichts. Tut mir leid. Sollte es beim Aufnehmen lecken, tut mir leid. Ich hoffe nur, dass wenigstens die Bosskämpfe gezeigt werden. Hallo, Mali, hallo, wie geht's denn so? Viel für Rune? 1800. Yay, Level up. Äh. Kraft? Kraft. Ich mach mal Kraft. Doch. Ja, nice. Äh, und der Rest? 6,5 Minuten. Schon da geh ich bitte was einkaufen. Ah, guten Morgen, liebe So- Ach ja! Einkaufen geh ich vielleicht in der nächsten Folge. Jetzt erst mal gehe ich raus. So, hab ich zwei Pilze aufgesammelt? Egal. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Äh, habt den Ring euch wohl. Gehabt euch wohl. Habt den Ring, was auch immer. Und bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Und die Wölfe rocken. Yeah. Okay. Tschüss. Die Ring-G Tree